Stichwort Dioxin. Antworten von Lebensmittelchemiker Udo Pollmer. Was besagen die Grenzwerte und ihre Überschreitung? Unsere Welt ist Dioxin verseucht. Und vor allem die Medien. Natürlich, wir haben es mit Überschreitung der Grenzwerte zu tun. Und wenn Grenzwerte überschritten werden, ist jemand über die Grenze hinausgegangen. Und da beginnt natürlich die Vorstellung, dass ein Risiko verbunden ist. Und das ist im Prinzip auch völlig richtig. Bei Dioxin sind die Grenzwerte jedoch technische Grenzwerte. Das heißt, die einzelnen Produkte haben ganz unterschiedliche Grenzen. Das gilt für die einzelnen Komponenten im Futtermittel. Je nachdem, was das für eine Komponente ist, was das für ein Futtermittel ist, an welches Tier das verfüttert werden soll. Weil man technisch eben unterschiedliche Grenzen bei einer ordentlichen Arbeitsweise einhalten kann. Bei den Nahrungsmitteln spiegelt sich das wieder. Das heißt, es gibt Nahrungsmittel, bei denen man niedrige Grenzwerte hat. Andere, da hat man hohe. Bei den Eiern zum Beispiel, bei denen derzeit Grenzwertüberschreitungen beobachtet werden. Da sind die Werte bei den Überschreitungen immer noch niedriger als das, was beim Fisch erlaubt ist. Das heißt, wenn Sie im Fisch sogar mehr drin haben als in den Eiern, sind keine Grenzen überschritten. Sie können das unbesorgt essen und der Fisch ist weiterhin gesund. Aber im Fall eines Eies, da droht dann Gefahr. Und daran sieht man, dass da eben irgendetwas nicht stimmt. Zunächst einmal, dass man die Grenzwerte so gemacht hat, ist in der Sache sinnvoll, weil man damit Spitzenbelastungen vermeiden kann. Man kann sie kappen und man kann dann den Grenzwert so einstellen, dass immer 10% drüber sind, um automatisch damit die belastende Bevölkerung zu senken. Dann haben Sie natürlich immer in jedem 10. Falle einen Skandal. Diese Grenzwerte haben aber durchaus so ihre Tücken. Denn diese Grenzwerte sind im Grunde mathematische Modelle. Denn Dioxin ist ja nicht ein Stoff, sondern es ist ein Schwarm von Verbindungen. Da gehören die Forane dazu. Da gibt es die Chlorierten, die Bromierten, da gibt es die Gemischten. Und alles zusammen sind deutlich über 5000 Substanzen. Das Ganze wird dann im Ultraspurenbereich gemessen. Und da man das nicht alles messen kann, wird das nachher umgerechnet. Und dann kommt hinzu, dass die einzelnen Substanzen ganz unterschiedlich schädlich oder harmlos sind. Allerdings ist das auch eine schwierige Angelegenheit. Denn wie vergleiche ich bei dem einen Stoff, der eher auf die Haut wirkt, die Giftigkeit mit der anderen Substanz, die, sagen wir mal, in höherer Dosis eher auf die Schilddrüse wirkt. Also nimmt man hier ein paar Federzahlen, ein paar Faustzahlen, rechnet sich das Ganze dann um und dann kriegt man einen Wert heraus, der dann eben unter oder überschritten wird. Tja, und das Ganze ist natürlich dabei auch ein bisschen mathematischer Hokus-Pokus, der aber durchaus sinnvoll ist, wenn man nach Wegen sucht, die Bevölkerung vor unnötigen Belastungen zu schützen. Vielleicht noch ein Punkt. Und die Giftigkeit dieser Stoffe ist für die einzelnen Lebewesen sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, eine Menge an Dioxin, die beispielsweise ein Meerschweinchen um die Ecke bringt, diese Menge ist für den Hamster relativ harmlos. Wir versuchen natürlich, um die Bevölkerung zu schützen, mit den empfindlicheren Tierarten zu arbeiten. Aber das hat dann zur Folge, dass wir unter Umständen nicht den Menschen schützen, sondern verängstigen, aber wir schützen dann das Meerschweinchen. Der Mensch scheint zu den unempfindlicheren Spezies zu gehören. Da gibt es viele Hinweise darauf und nachher ein ganz einfaches Argument. Dioxine entstehen bei Verbrennungsprozessen, vor allem bei höheren Temperaturen und natürlich, wenn da Chlor oder Brom da ist, kann sich das nicht bilden. Und Verbrennungsprozesse sind überall und sie haben den Menschen begleitet. Sie gab schon, bevor es den Menschen gab, da gab es schon Waldbrände und alles Mögliche. Aber der Mensch hat dann gelernt, das Feuer zu zähmen. Und das ist das Merkmal seiner Evolution. Und das bedeutet, dass wir als Nachfolger jener vielen Generationen, die das Feuer dann erst gezähmt und dann genutzt haben, über Jahrtausende, über zigtausende, hunderttausende von Jahren, dass wir durchaus geeignet sind, hier uns selber zu den unempfindlicheren Spezies zählen zu dürfen. Und das zeigen ja auch die toxikologischen Daten am Menschen. Insofern sind diese Dinge durchaus mit einer gewissen Entspannung zu sehen, auch wenn es sich bei den Dioxinen um außerordentlich gefährliche Stoffe handelt. Aber wir messen sie ja im Picogramm-Bereich. Wissen Sie, ein Picogramm, das ist ein Millionstel von einem Millionstel Gramm. Und dann sehen Sie schon, wie gefährlich das vermutlich ist. Der Begriff verseucht ist in diesem Falle eigentlich ein Begriff aus der politischen Propaganda. Dioxine sind überall auf dieser Erde, weil sie entstehen bei Verbrennungsprozessen. Es brennt immer irgendwo was. Früher kam es zum Beispiel aus den Automotoren, aus den Abgasen. Heute spielt das eine geringere Rolle. Und das hat zur Folge, dass wir in allen Lebensmitteln Dioxine finden. Vielleicht außer dem Kristallzucker, der ist hochgradig gereinigt. Wir haben das in der Atemluft drin, wir haben das in der Kleidung. Das ist ein ganz normaler Begleiter. Das heißt also, wenn eine Meldung auftaucht, in der gesagt wird, jetzt hat man auch Dioxin in Schweinefleisch entdeckt, dann ist das etwa so interessant, wie wenn man herausgefunden hat, durch komplizierte Messungen, dass Wasser nass ist. Und wenn Höchstmengen überschritten werden, muss man erst mal fragen, woher kommt das? Was hat das für Gründe? Weil diese Höchstmengen, diese technischen Grenzwerte, ja auch ein bisschen im Blindflug entstanden sind. Einfach deshalb, weil man recht wusste, was da los ist. Da hat man halt mal was festgelegt. Und man muss sich ja auch im Klaren sein, wir befinden uns hier in Ultraspurenanalytik. Und die ist noch dazu natürlich relativ teuer. Jetzt sucht man eben langsam nach den Werten. Und auf einmal sieht man, das ist nachher überall drin. Das war in dieser Form auch zu erwarten. Und wir haben natürlich höhere Belastung bei Freilandprodukten. Einfach deshalb, weil da natürlich die Schadstoffe oder die Dioxine da eben mit der Luft vorbeigetragen werden. Und dann finden wir natürlich erhöhte Gehalte, beispielsweise im Grünkohl, weil der eine entsprechende Blattoberfläche hat. Und da bleibt das Zeug natürlich drin hängen. Aber das heißt nicht, dass der Grünkohl aus diesem Grunde nur besonders gefährlich wäre, sondern es ist dann eben so. Wenn wir Freilandtiere haben, finden wir eben regelmäßig Überschreitungen. Bei Wildtieren sind Überschreitungen, da grenzt man ja noch häufiger, dass natürlich die Wildtiere gefährdet, sondern sie haben da eine höhere Aufnahme. Und daran sieht man auch, dass die Futtermittelkontrolle im Prinzip hier funktioniert hat. Denn sonst wäre im normalen Nutzvieh, das im Stall lebt, nicht etwa weniger drin. Relativ hohe Gehalte haben wir im Fisch. Nicht deshalb, weil es im Wasser viel brennt, sondern deshalb, weil das übers Abwasser da hineingerät. Und beim Abwasser beispielsweise im Haushalt ist das aus der Waschmaschine besonders belastet. Deshalb, weil sie die Dioxine halt über den Straßenstaub in der Kleidung sammeln. Und dann geht das da hinein. Es gibt aber noch einen zweiten Belastungspfad, der ein bisschen ungewöhnlich klingt. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es manche Menschen mit der Sauberkeit ganz besonders genau nehmen und sich bemühen, Putzmittel zu verwenden, die auch nicht nur sauber machen wie Seife, sondern auch noch in besonderem Maße poren tief rein. Und in diesen Mitteln ist beispielsweise ein Stoff drin, der heißt Triglosan. Und dieses Triglosan, das hat sich inzwischen gezeigt, das wird in der Umwelt, wenn das nachher ins Wasser hineingerät, das wird da in das Seviso-Gift-Dioxin, das TCDD, umgewandelt. Und wer es nicht glaubt, hier eine Publikation dazu, erschienen in der Analytica-Chemica-Akta im Jahr 2004, Band 524, Seite 241 bis 47. Da kann man dieses nachlesen. Daran sieht man aber auch, wie komplex diese ganzen Pfade sind. Und es ist ja nicht nur so, dass bei Nahrungsmitteln da etwas drin sein kann oder eben immer ein bisschen was drin ist, sondern es gibt viele andere Belastungspfade. Ein Beispiel war ein großer Skandal vor einigen Jahren, als herauskam, dass es in dieser Sportplatzbeschichtung da drin war, diesem sogenannten Kieselrot, mit dem Spielplätze und Sportplätze jahrzehntelang ausgestattet sind oder ausgestattet wurden. Da waren relativ hohe Gehalte drin. Und man könnte genauso, wie man vor Eiern warnen oder vielleicht vor Grünkohl warnen möchte, könnte man natürlich jetzt auch vor Sport warnen, je nachdem, wie man es braucht. Wichtig ist, dass man weiß, dass die Grenzwerte heute so angelegt sind, dass damit eine Produktion von Freiland in Deutschland so nicht mehr möglich wäre. Bei Freiland Eiern haben wir etwa wohl in jedem Vierten eine Überschreitung der Höchstmenge. Das ist nicht gefährlich, das ist einfach so. Und diese derzeitige Kampagne, die läuft, dient wohl offenbar langfristig dazu, anders kann man sich das gar nicht erklären, so irrational ist das, um die biologische Produktion in Deutschland unmöglich zu machen. Ganz egal, was einem die Moderatorinnen oder Moderatoren im Hörfunk oder im Fernsehen vor sich haben, die erzählen natürlich, kauft dann Bio. Bio ist aber gerade hier keine Alternative. Aber es ist, ob Gottes Willen, nicht wegen irgendwelcher Dioxingehalte riskant. Eine wichtige Quelle neben den Bränden, neben Verbrennungsprozessen von Dioxinen war früher die Chlorbleiche. Damit wurde Papier gebleicht und da ist natürlich auch einiges an Dioxin entstanden. Heute spielt das eigentlich keine große Rolle mehr, weil man begonnen hat, natürlich solche Prozesse zu minimieren oder auch durch andere Prozesse zu ersetzen, die weniger problematisch sind. Wir sollten uns dabei aber auch im Klaren sein, dass es Dioxine nicht nur in freier Wildbahn gibt, sondern es gibt auch sogenannte natürliche Dioxinartige oder Dioxinähnliche Verbindungen. Denn diese Dioxine, die wirken ja über einen bestimmten biochemischen Mechanismus über den Körper. Sie gehen an bestimmte Rezeptoren ran. Und darüber werden dann schädliche Effekte in den Organismus vermittelt. Und an diese Rezeptoren passen eben nicht nur Dioxine dran, sondern eben auch natürliche Dioxinartige Verbindungen. Und eine solche Substanz wäre zum Beispiel das Indol-3-Cabinol. Und Indol-3-Cabinol ist einer der sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Es wurde wohl auch schon als Nahrungsergänzungsmittel irgendwo gehandelt. Und dieses Indol-3-Cabinol, das kommt zum Beispiel im Brokkoli vor. Und deshalb fordern Fachleute, hier zum Beispiel in Toxicology, in Applied Pharmacology von 1996, Band 141, Seite 68 bis 75, Deshalb fordern Sie, dass man zur Dioxinbelastung bitteschön auch die Wirkstoffe aus Brokkoli und ähnlichen Produkten hinzuzählen soll. Bitteschön. Das heißt nicht, dass Sie kein Brokkoli mehr essen dürfen. Ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, dass diese Sache mit der Giftigkeit, mit der Toxizität, schon manchmal ein bisschen komplexer und manchmal auch ein bisschen harmloser ist, als es in der Öffentlichkeit normalerweise dargestellt wird. Natürlich gehören die Dioxine zu den sogenannten Endocrine Disruptors. Das klingt natürlich rasend gefährlich, weil sie hormonelle Vorgänge des Menschen beeinflussen können, von Lebewesen verändern können und dabei natürlich in höherer Dosis auch nachteilige Effekte entfalten können. Aber solche Endocrine Disruptors, die gibt es nicht nur in Form von Dioxinen oder von irgendwelchen Substanzen, die aus Plastikflaschen in Spuren ins Lebensmittel hineingeraten können. Die können auch von Natur aus in ganz erklecklichen Gehalten in gewöhnlichen Lebensmitteln sein. Das gilt ganz besonders für die Hülsenfrüchtler, für die Leguminosen. Da ist eine Pflanze, die ist relativ voll mit solchen Substanzen, das ist die Sojabohne. Und das ist der Grund, warum Soja eben normalerweise nach einer Spezialvorbehandlung, um es zu entgiften, an Schweine verfüttert wird und nicht an Menschen. Und die Schweine, die werden relativ jung geschlachtet, sodass die Langzeitfolgen da in der Form nicht auftreten und auch keine Rolle spielen. Deshalb kann man mit Sojanutzvieh füttern. Nun ist es aber so, dass die Menschen natürlich älter werden und länger leben. Und da hat man zum Beispiel untersucht, was passiert, wenn Menschen über längeren Zeitraum gerne Tofu essen. Und da sieht man, dass diese Endocrine Disruptors, die von Natur aus da drin sind, dass die in der Lage sind, die Intelligenz der Menschen nachteilig zu beeinflussen, dass Demenzerkrankungen begünstigt werden und dass es, lachen Sie nicht, zu einer Hirnschlumpfung bei Menschen kommt. Das ist nachgewiesen unter anderem auch in Form von Obduktionen. Da hat man sich das angeschaut und da hat man gesehen, dass das ein Produkt ist, das für die Menschen nicht unproblematisch ist. Wenn wir solche negativen Ergebnisse beim Dioxin hätten, dann müsste man da natürlich was tun. Und hier ein Beispiel dafür für eine solche Publikation, die die Wirkung untersucht hat, von Tofu auf die Menschen. Das ist erschienen im Journal of the American College of Nutrition im Jahr 2000, Band 19, Seite 242 bis 255. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.